die hat mich gerade mit dem stein beworfen und das geht gar nicht und der hier auch und gut das nur ein computerspiel ist so hier gibt es gleich ganz fett munition die kann ich die kann ich gebrauchen so ja 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 da schmeckt ist das lecker ohne ende so aber da habe ich auch wieder das problem meine munition war voll an die warte mal ich lade mal die waffe du jetzt was kriegen können ja ja jetzt konnte ich noch mal eine kugel noch nachgeladen genau aber es lohnt sich finde aber es ist echt eine coole sache wenn man so viel video schon voraus geplant hat das ist entspannt echt kannst du wieder nach und nach andere sachen zocken und die hochladen im ort zwei gleich wollte gerade große klappe haben mir und dachte so oft ich bin ich hab den schon mal angeschossen ok den haben wir weg vorsicht hinter dir ich hab mal gebremst mutter alter das ist das denn hier für eine runde richtig gut angefangen haben wir gleich wieder zur kutsche laufen die munition aufladen ja ich werde auch dahin ich finde zur kutsche laufen eine gute idee wo ist denn diese blöde kuh die schreit da oben wiederum eine habe ich erschossen aber ich weiß wo die andere ist jetzt weg sehr gut alter so kutsche schnell hin da ja das war echt übel wenn man alter von allen ecken kam es auf einmal dann sind wir hier im im ort lauhausen daher die haben wir schon lehre macht die kann es schon alle hier wissen was sind hier ist ja noch gesundheit ist auch gut genau sehr schön so dass das war es auch schon mehr können wir gar nicht mal einsam und du hast ja auch alle drei kisten aufgemacht ja genau das ist so ähnlich so geht es mir immer wenn ich mir drei pizzen bestelle und die alle drei dann auch fresse und mich dann immer wundere dass die schon leer sind ja das ist scheiße ne ja misst so so kann man ja hier lang glaube ich ne ja es wird ordentlich geballert hier das geht ganz schön ab und da sind zwei mutis du hast du alles klar das ist aber mal erledigt spring mal den dicken weg machst du oder soll ich kannst du auch ich habe so schöne sachen hier das letzte mal übrigens auch dass er dann so ganz plötzlich weggelaufen ist weg ja noch ja ich doch oder ach hunde das sind aber die im käfig ja ja aber noch ein dicker ach da ist der oh nein und eine saatmutter oh noch oh oh alter das ist ja mal chicken run oh nein noch eine saatmutter so saatmutter ist das mal platt hier ist noch einer der gemässert werden will aber ich habe gar kein messer mit ich blödmann ja dann muss den erschießen der gepanzerte hat mich tot gemacht weil ich kein mich gekillt weil ich vollpfosten äh kein messer mit hatte alter was denn hier los also wenn wir die runde überstehen dann sind wir aber gut sagt ja ich glaube ja nicht das wird die überstehen das ist ja da haben sie ja alles rein gespawnt an gegner was nur so gibt mann 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 ich weiß man möchte ein größer aus solingen vergessen so die knarre auch nach rechts zur munition hier gleich ja ich würde lecker ist der noch am leben der dicke ja ja wo ist er denn da naja egal den kann ich ja lass der hier der der hat mich geärgert so jetzt hebe ich dich mal auf das lieb danke danke hier gibt es noch mehr munition oh das ist gut dann kann man ja das hier lösen ich muss mir erst mal eine spritze geben und dann muss ich jetzt mal nachladen es wird auch schon in der nähe geballert hier ist auch noch munition falls du brauchst aber was ich gebrauchen könnte ist tatsächlich so ein hier ist noch mehr munition heilungs geht ja ob ich das irgendwo jetzt noch mehr munition ist ja richtig munitionshausen ja ich habe ja auch so eine kleine rote packung immer kurz hoch vorher kann man auch rein hier gibt es gut auch gerade sagen weil einer kutsche war doch auch noch was noch ja aber dahin wieder zurücklaufen das ist auch eins ich bin schon geheilt sehr gut alles klar prima aber jetzt kann ich hier nochmal munition einsammeln nicht hier nochmal nachladen irgendwo muss auch noch eine saaten mutter sein ja ich höre auch irgendwas ich weiß aber nicht wo dann laufen wir mal zum nächsten hinweisen ja ist ja hier gleich hier ist auch noch mal munition da wird man ja jetzt richtig zugeschissen so viel habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt das gibt doch ordentlich gegner weiter oh hunde ja wir leben noch wir leben noch nicht mal die munition hier hinten wo ich mich jetzt immer verbinden oh das ist ja mann 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 unglaublich ja es ist auf jeden fall viel los auf dem mann manchmal hast du auch und ist du geschossen ja ich glaube aber von wo ich habe keine ahnung hat auf jeden fall muss das von von wahrscheinlich von da ach die sind oben hier offen auf der treppe oben ah ok oh ja und ich bin duft ist da oben hier oben so quasi wenn ich so hoch gucke ja auf diesem geländer oben was am hausland geht ok genau da siehst du sie sogar nee ich sehe gar keinen alter ich bin voll blind sag gar nicht warte mal ich lauf mal rüber vielleicht siehst du dann hier müsste jetzt seine genau da oben waren zu ja wer weiß wo sie jetzt sind ne hm 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 ah da hast du das gewehr eben gesehen ja da war die waffe ja sehr gut ich glaube es waren mehr oh oh ich höre einen hund ja ja sehr gut ok ich weiß nicht ob es drei gibt wenn es drei gibt dann würde ja einer auf mich schießen oh man ey ich bin so ein trottel sich das Очсли� oder es nicht so ein